hallo und herzlich willkommen hierbei wending machine business simulator natürlich demo ich meine koffer hier nicht nur wird drauf los geht mir doch erstmal vorher an wartet für eine scheiße ist war das nicht verwende den computer wie groß sind wir und vor allem ist es wo wohnen wir ein telefon eine tasse warum haben wir so ein bild schlafen ok 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 was ist hier nichts computer benutzen nimm eine aufgabe in der job app an ja job app charlotte meyer ich brauche jemanden der zuverlässig und kompetent für meine automaten ist ich bin mir sicher dass du diese aufgabe vorrangig erledigen wirst am ende der arbeit wartet eine schöne belohnung auf dich also mache es sorgfältig verteidigen automaten repariere den automaten lege sechs wasser in den automaten der standort des automaten wurde auf deiner karte markiert betrete die market app sechs mal wasser ok in den weinkorb legen kauf eine kiste nehmen sie das von ihnen gekaufte produkt vom erdgeschoss laden sie in den kofferraum ihres fahrzeugs und steigen sie in ihr fahrzeug bestellungen sie können die von ihnen gekauften bestellungen im erdgeschoss des apartments finden transportieren sie laden sie ihr produkt auf die rückseite ihres fahrzeugs um sie in der stadt zu transportieren ihre mission ok ja das haben wir verstanden hier ist unsere kiste wasser sehr schön wir brauchen einfach nur gegen die tür laufen so platziert nehmen sie von ihnen gekaufte produkt vom erdgeschoss laden sie in den kofferraum ihr fahrzeug und steigen sie in ihr fahrzeug ok machen wir hier zum verkaufsautomaten bei dem die aufgaben angenommen hast ich muss drehen ja unfall gebaut nach da hinten kick mal popcorn palace 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 mission mission complete so und so viel yards ok polize ist auch schon on the way mal platz jungen jetzt zeit ah ja ok guck mal da ist ein kopf so verteidigung tun sie alles notwendig um die kunden die den verkaufsautomaten angreifen fernzuhalten slappen das ist schon mal gut reparatur verkaufsautomaten gehen manchmal kaputt verwenden sie die falltasten um sie zu reparieren stellen sie die angeforderten produkte während der mission in den verkaufsautomaten keine sorge sie können nicht mehr als die angefordert ah ok kann ich hier aussteigen oh was ist denn jetzt los hier hey du schlampe zack reißt er mal am riemen ja ha 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 kriegst den arsch voll ich konnte da eben nochmal slappen mann ich will slappen na gut Tür öffnen reparieren Pfeil tasten na Littestes reparieren ok aufheben Drehem platzieren was ist das denn für eine scheiße Wieso habe ich denn jetzt eine Kiste? Wird schon einge... Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Sie haben Ihre erste Aufgabe abgeschlossen. Erledigen Sie noch ein paar Aufgaben, um Ihren ersten Automaten zu kaufen. Kaufen Sie einen Automatenstandort und stellen Sie den gekauften Automaten am Standort auf. Die Kiste wird jetzt... Warum habe ich jetzt eine Kiste? So. Das heißt, wir treiben jetzt wieder nach Hause. Driving home for Christmas. Na gut. Wo kommen wir denn? Ja. Ups! Ups! Hoppala! Sorry! Mensch, da war ja ein Cop! So, also. Nehmen wir noch ein paar Aufgaben. Da ist unser Haus. Wo waren wir denn jetzt? War ich hier gerade vorbei? Da ist auch ein Automat, ne? Hier. Ich kann hier einfach... Komm, wir wohnen... Hier wohnen wir, ne? Ja. War da? Ich habe da noch eine Kiste da hinten drin. Kann ich die wegscheuern? Wollen wir Zeugen damit? Wegwerben. Ähm... Und was ist hiermit? Kannst du ja verstecken. Kann man die nicht irgendwie... Ah, ja. Was ist denn, wenn ich das hier hinlege? Dann wird es... Ah, okay. Warte, warte. Ich nehme das mal mit... Wohnen wir hier schon? Ja. Mach mal da hin. Geldzähler. Gut. Ähm... Rechnung. Haben wir welche? Nein, haben wir nicht. So, Lager. Haben wir eins. Freischalten. Können wir machen. Wollen wir nicht. Job. Klick Schulz. Lege sechs Wasser nach. Das ist alles. Schaut auf Meier. Verteidigen, reparieren. Schon wieder. Sebastian Wolf. Lege sechsmal Wasser nach. Reparieren. Dann machen wir jetzt erstmal die. Ne? Ich hoffe, man kann es besser sehen. Was bei wem gemacht werden muss, ne? So, wir drive jetzt einfach mal. 192, 300 und... Hier vorne. Ah, ja. Junge, Alter. Ich werde dir so die... Ich werde dir so die Scheiße aus dem Gesicht slappen. Mann! Alter, hab ich die fertig gemacht. Ey, da bist du ja wieder. Na gut, okay. Goodies Glory. Verteidige, repariere. Gut, das steht da drüber. Sehr schön. Was ist das? Okay. Die Reparaturmechanik ist... Naja, okay. Mal zu. So, wo jetzt? So, hier vorne war da auch noch irgendwo was, ne? Vier Missionen haben wir angenommen. Sehr schön, Alter. Die... Wir werden so die Automaten beschützen. Jetzt sag ich euch. Und okay, ne Zeit, ich muss hier... So, was muss ich denn hier machen? Wasser nachlegen. Er ist doch kein Problem für uns. Ähm. Ja, genau. Sehr schön. Und weiter jetzt. Ja, wir fahren in eine große Runde. Scheiße, ja, wir fahren in eine große Runde. Wir fahren jetzt erstmal da hin. Genau. Einmal eine Kurve drehen. Hier war auch Wasser nachlegen, ne? Ja. Jo. Hier wird Wasser nachgelegt. Zack. Zeig hier. Geil. Ich hab ja nicht gekriegt, was das jetzt kostet. Ähm. So einen Automaten zu kaufen. Hinter mir steht nichts. Da steht nur Kamera wechseln. Bite me. Okay. Wir brauchen noch... Ja, ich wollte... Ich park immer so. Hier war nur reparieren, ne? Hier war nur... Reparieren. Hier... Oh, was ist denn das? Hm. Haben wir. 9 Dollar. Toll. Das ist alles, wirklich? Wo willen wir jetzt? Wir fahren jetzt ganz gerade runter. Kann auf Stufe 2 gekauft werden. Shoot Terrain. Kann auf Stufe 11 gekauft werden. Automatenplätze. Gegnerische Automaten. Aktive Aufträge. Ich fahre jetzt einfach gerade runter. Ne, noch. Vorsicht, Mann! Jetzt habe ich den Wagen nicht mehr unter Kontrolle. Junge. Da, 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 da. Maserati oder was? Oh. Ja. Sehr schön. Ich werde noch Zeug nachbestellen, vielleicht, ne? Obwohl... 81 Dollar ist nicht viel. So, hier haben wir noch unsere Aufträge. Online, online, online. Was heißt denn hier 3? 18 Dollar. 8 Dollar. Guck mal, das... 21. Wir müssen gucken, was die Dings bringen, ne? 23. Das bringt ja alles nischt. Was haben wir denn da noch? Markt. Automaten. Kann auf... Ja, kommt später. Automaten-App. Benachrichtigung löschen. Da habe ich nischt. Wir haben auch... Kann auf Stufe 1... Ja, wir haben auch noch keine Dings, ne? Wir können jetzt wirklich nur Jobs erstmal machen, ne? So, 23, nehmen wir. 17 ist scheiße. 21, nehmen wir. 18, 10. Was ist denn das für ein Dreck, ey? Nehmen wir die 18 noch. Und die 17. Viel Wasser habe ich denn eigentlich nur da? Habe ich noch genug Wasser? Mann, Alter, was hast du denn da schon wieder für ein Problem, ey? Ich werde dir das Hirn rausschlagen, Junge. Verteilen, Automaten reparieren. Sehr schön. Repariert. Und... Wasser nachgefüllt. Wir haben nur noch sieben Pullen, ne? Und wir haben noch drei Aufträge. Ich glaube aber nur noch bei zwei war, ähm... Also jetzt noch bei einem. Ich glaube bei einem war noch Wasser nachfüllt. Aber wir werden nochmal kaufen. So, ka-ching, ka-ching. Oh, wie schön das klingt. So, wir haben auch gleich Stufe 1 erreicht. Was ist denn hier oben los? Oh, mit mir nicht Wasser her. Was ist los hier? Mann, wer stellt denn da den Mülleimer hin? Gut ist galore. Gut ist galore. Okay, ich dachte schon, der kloppt jetzt auf den da ein, ne? Geh weg. Auf den Automaten. So, was brauchen wir denn hier? Reparieren und Wasser nachlegen. Kein Problem, no problem. Repariert. Zack. Nee. Wunderbar. Hätten wir 21 Tacken auf meinen Nacken. Und gleich muss ich kacken. Was? Nee, hat er nicht, ist er. Aber wir haben Level 1. Sehr schön. Ich mach mal die beiden Aufträge. Logischerweise. Da kloppt schon wieder einer auf den Automaten. Ich verstehe es nicht. Warum? Wieso zur Helle tut jemand sowas? Guck mal her, ich will die slappen. Ich konnte nur eine geben. Scheiße. Ah, das ist der andere Dreier, der alles repariert haben will. Alright. Sehr schön. Repared. Was brauchen wir noch? Wasser. Oh, der will Simon Wasser haben. Kann das sein? Verwende Mülleimer, du kannst... Ja, das haben wir doch schon gemacht. So. Ja, hau weg. Fängt es auch noch an zu regnen. Ne? Wunderbar. Und das war nur 18 Tacken wert? Fass das ja auch nicht. So, ich muss hier mal kurz rückwärts. Zack. Da hinten ist nämlich der nächste Automat. Alter, da drischt schon wieder einer auf den Automaten. Nein, ich... Flipp hier aus. Jetzt. Bin noch nicht fertig mit dir. Dein Fehler war, dass du zurückgerannt bist. So, was war hier? Verteidigung reparieren, ne? Ich mag Spiele, wo man slappen kann. Slap that bitch. Zack. 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 Fertig. Ihr schafft. 17 Tacken. 140 Buletten haben wir. Schlafe, um den neuen... Um einen neuen Tag zu beginnen. For sale. Guck mal, da ist ein Platz. Scheiße. Ich muss hier runter. Weg. Mann, Junge. Zu lebensmüde. So. Und... Ja. Camaro. Geh weg hier. So. Gut, dann werden wir pennen. Wenn uns der Computer das empfiehlt, dann machen wir das. Oder das Spiel. Wenn es das Spiel das empfiehlt... Ja. Gut. Kunden, Gesamtkunden, null Erfahrung. Wieso habe ich keine Kunden? Gesamteinnahmen, Ausgaben, 140 Gesamtbilanz. Toll. Ich meine, eigentlich scheiße war es nicht. So. Was ist denn jetzt? Nischt. Okay. Market. Ah ja. Ah ja. Jetzt können wir ein bisschen was nachlegen, ne? Laia. Braum manee. Jobs, guck mal. 5. Okay. Wir werden auf jeden Fall am Markt... Einmal. 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 Und Wasser nehmen wir nochmal. Genau. Das kommt dann alles schön hinten in den Truckle. Das sind nur 22 Tacken. Würdest du mich verarschen, Alter? Ich muss ihn verteidigen. Ich soll ihn reparieren und ich soll alles nachlegen. Das ist alles ein Witzchen, ne? Was ist denn das für Aufträge? Das ist alles Müll. Kann ich noch mehr Sachen nehmen? Ne. Na gut, dann pack ich das da so. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen, dass man mehr Sachen nehmen kann. Scheiße so. Da hinten ist der Automat. Da hinten ist der Automat. Ne. Der Uno Momento, por favor. Was machst du denn hier? Ne, gib doch mal ein paar... Backpfeifen. Dem ne in Ordnung. Vandalismus hier. Okay. Wunderbar. Da muss alles drin, ne? Okay. Das ist mein Gefallen. Und sorgt dafür, dass ich meinen Karton da hinten wiederkriege. Besser ist, Junge. Kommt an der Scheiß hin? Warte mal. Kekse will er überhaupt nicht. Wegen der Scheiße hätte ich fast meine Kekse verloren. Willst du mal verarschen? Na dann. Okay, das ist alles. Was? Platziert das ordentlich da? So, ich will das Wasser noch haben. Ich geh doch mal gleich mehrere Aufträge an. Hier haben wir so eine Scheiße. Na gut. Dann nehmen wir gleich mehrere an und dann sind wir safe. So, genau. Hier ist einfach nur... Einfach nur gerade runterfahren. Ich dachte irgendwie, ich kann kaufen, ne? Einen Platz oder so. Aber wahrscheinlich kommt das noch. Wir müssen uns erst um die Automaten der Konkurrenz kümmern. So, jobs. Na siehst du, ist doch schon ein bisschen mehr los. Oder? Aber es bringt alles sehr wenig Geld. Hier. 24. Nehmen wir an. 30. Nehmen wir an. Brauchen natürlich heute was Geld bringen, ne? 10er. Nehmen wir. 12 nehmen wir. 12 nehmen wir. Gut, langt erstmal. Langt. Muss auch erstmal erledigt werden, ne? Gut, aber wir sind ja... zuverlässig. Dann fangen wir erstmal zu der Munch-Maschine schon wieder. Also der Typ, Alter, bei dem müssen wir ja andauernd hin, ne? Ah gut, aber diesmal hat er keinen Dröscher. Also ich meine, damit der Kind, der oft seinen Scheiß hier einschlägt. So, ich muss auch nur Sachen nachlegen. So, Water, ne? Wie es aussieht. Das haben wir. Gib mal die Scheiße her. Das kommt auch hin. So, was noch? Kekse, die waren hier vorne, ne? Habe ich die Kekse? Ja. Mission erfüllt. Und jetzt werden wir mal weiter-driven. Einfach hier mal eine Kurve ziehen. Yo. Dann fahren wir mal... Obwohl, dann fahren wir gleich mal hier zu dem. Da ist so ein Stand, ne? Müssen wir mal gucken. Hey, Polizei! Ups. Was brauchen wir denn hier? Wasser. Und reparieren. Oh, ach, ich habe genug Wasser. Ich repariere das Ding mal. Außer Function. Zack, wunderbar. Aber erledigt. Da kommt Wasser rein. So, Verkaufsautomaten, Standort. Jeder Verkaufsautomat benötigt einen Platz. Markierung, kaufen Sie die verfügbar auf der Karte. Okay, Verkaufsautomaten, bestellen Sie Ihren ersten Verkaufsautomaten über den Markt und laden Sie ihn in Ihr Fahrzeug. Bestellen Sie... Okay. Wir dürfen. Wir können. Aber erstmal machen wir weiter die Aufträge. Die schauen wir ja wohl nur auf die Schnelle, ne? So, was ist denn? Einer ist noch da. Zwei sind da. Wir fahren erstmal die ab. Und dann fahren wir zum Schluss zu dem. Und dann holen wir unseren Verkaufsautomaten. Genauso sieht es nämlich aus. Denn Automaten sind die wahre Kohle. Nene, 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 bite me. Mann, Alter, kannst du den Automaten da mal in Ruhe lassen, du Kackarsch? Alter. Ja! Okay. Sehr schön. Haben wir erledigt. Zehn hat er viel gekriegt. Kann nur gut sein, wenn wir den Verkaufsautomaten haben wollen, ne? So, da ist nämlich noch einer. Und dann haben wir ihn da hinten noch. Inste Ferne. Choo-choo-Train. Alter, was ist mit... Ganz ehrlich. Was ist mit... Verfatzter hier? So. Reparierer. Nichts leichter als der. Was haben wir da? Schön. Auch erledigt. Zwölf Tacken in meine Tasche. Und jetzt zum Letzten. Ich brauche den Automaten, ne? Ich will den kaufen endlich. Meinen eigenen. Und wehe, da tritt irgendeiner gegen. Wehe, da tritt irgendeine Sau gegen. Crave Cave. Was haben die denn für einen Namen, alter, die Automaten? Mein Gott, Junge. Backenklatschen, hier. Klatschen, 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 klatschen. Klatschen, klatschen. Klatschen, klatschen. Klatschen, klatschen. Klatschen. Mein Gott. Das wieder. So, wunderbar, das hätten wir erledigt. Was brauche er? Wasser und die Jellybean-Dinger. Sehr schön. Wo sind denn die Jellybean-Teile? Hier vorne? Ja. Sehr schön. 24 Tacken. Jetzt geh mal kacken. Ne, Spaß beiseite. So, wo sind wir? Boah, wir sind ja hier ins Oben, ey. Was ist denn, wenn wir jetzt hier langbreddern? Genau, komplett bis ans Ende und dann nach links. Okay, gut. Okay. Damit haben wir 159 Tacken. Also eigentlich gut, 160. Ich weiß ja nicht, was dieser Automat kostet, ne? So, und Nu? Wo bin ich? Ja, er ist eigentlich immer gerade aus. Bis zu dem Kaffee-Stand da. Ja, da ist er schon. Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Kann auf Stufe 20... Stufe... Hier. Kann gekauft werden. Hier drüben doch auch gleich da. Kaufen. Tageskosten. 399... Äh, 40 Tacken hat er die kostet. Jetzt bräuchte ich einen Automat. Müssen wir erst mal gucken, was der kostet. Scheißdreck. So. Ne, da bin ich falsch. Äh, Markt. Automat. Mann, ey, da willst du mich verscheißern. 251... Boah, da muss ich ja alle Jobs hier machen, ne? 20. Die... Die bringen doch hier nichts. Da müssen wir wirklich alle annehmen. Das ist doch scheiße. Was stand da? Okay. Ah, wo ich davon nichts mehr hatte. Guck mal, jetzt kann man hier durchgucken. Gut, davon haben wir. Die wollen alle nichts. Die wollen nur reparieren. Da kann man sehen, was man braucht. Sehr gut, den Rest haben wir. So, warum ist das doch die Scheiße da oben drauf? So, der Automat da drüben, was will der? Da können wir ja gleich rüber rennen. Reparieren. Easy. Haben wir erledigt. Die Scheiße, ja, ne? Wir müssen hier eh durch die ganze... Die ganze Dorf hier. Sprecher ist hier gleich um die Ecke. Wird auch noch repariert. Autsch. Ja, was soll ich machen? Wir brauchen Kohle. Ohne kriegen wir den Automaten. Können wir... Hier haben wir hier keinen Automaten. Doch, da. Da haben wir noch einen. Den Choo-Choo-Train. Schlafen. Ich kann nicht schlafen. Ich muss hier erstmal arbeiten. Was braucht er? Ich gehe fünf Schoko-Chips nach. Schoko-Chips hatte ich gar nicht, ne? Deswegen. Schoko-Chips hatte ich überhaupt nicht. Ist das neu? Weil wir jetzt Stufe 2 sind. Wir fahren mal zu dem Bite Me. Bite Me, Baby. Bite Me. Die wollen aber alle nicht viel, ne? Die wollen nur irgendwie entweder repariert oder nachgefüllt was haben. Reparieren. Ja? Konnte ja nicht stehen, so hell ist das. So, la, 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 la. Sack. Repaired. So, der liegt da auch gleich auf unserem Weg. Wo sind wir jetzt? Hier. Ich stehe gleich in den Kopf davor. So, das will ich missen. Reparieren. Nicht leichter als das. Zack. Jebadabadu. Wartet nicht für Spiele gibt, ne? Wending Business Simulator. Ich glaube, die versuchen auch einfach nur, die Hersteller, irgendein Spiel, was noch keiner hat, zu machen. Und am besten Simulator. Mach ich das Gefühl. Am besten einen Simulator. Können wir da irgendwie eine Kurve drehen? Ja, gehen wir hin. Halt an, Mann. Auch nur reparieren, siehst du? Die wollen alle nur reparieren. Oh, Mann, ey. Willst du mich verarschen, oder? Hör auf damit. Hör auf damit. Lass das. Sehr schön. Ja, Kleinvieh macht auch Mist, ne? so wirklich die Elbe vom Ei ist das nicht. Gut, dass das alles nicht so weit weg ist. Oh, hier ist ja Sicherheitsdienst. Reparieren. Security und Elektrika. Ich bin alles in einem. Zack. Und dann müssen auf jeden Fall bessere Aufträge kommen, ne? Weil das ist ja hier ein Witz. Ich fahre mal zu dem. Kicken. Ja, die machen wir noch alle fertig hier schnell. Zack, ein Hit. Monschen Machine. Ah, ich wollte gerade sagen, irgendwo war doch noch einer, der hat denn alles gekriegt, ne? Aber komm mal her, ich will ja hier eine Kloppen. Error. Ich bin halt richtig einen Error verpasst. So. Sehr schön. Was kriegt er noch hier? Ich lege fünf Gummibärdinger nach. Okay. Das war das nicht. 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 Ja. Wohin? Da oben. Was haben wir noch? Zwei, ne? Und wir sind gleich Level 3. Ich brauche keine grünen Ampeln. Ich kann egal, bei welcher Farbe fahren. Ich bin hier in Not. bei mir ist, ich habe hier reparieren. Ich muss gucken, ob die Dinger laufen. Das füllt allgemeine wohl. Damit die Leute immer was zu fressen haben. So, wunderbar. Sehr schön. 160. Ey, oh Mann, ey. Wir kommen aber auch nicht zu Potte hier, ne? Da ist schon der Nächste. Zack. Reparieren. Also die meisten eigentlich nur reparieren. Ups. 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 Was ist denn jetzt los? War ja merkwürdig. So, wir haben alle, ne? Wir haben alle erledigt. Wir sind bei 168 Tacken und 251 brauchen wir. Also so wird es nischt. Und, ähm, ja. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Und, ja, ist mal Abwechslung, ist mal ein bisschen was anderes. Also, na klar, ist jetzt nur eine Demo. Also da fehlt noch eine Menge. Da müsste noch eine Menge kommen, was wir so machen können. Bessere Aufträge, krassere Aufträge, wie man vielleicht für 50 Dollar da irgendwas reparieren muss oder sowas. Oder, weißt du, oder den kompletten Automaten füllen halt für 50, 100 Dollar, weißt du, aber es kostet ja auch. Ich meine, wenn du den Automaten da füllst, also ich glaube, wenn der kompletter Automat voll ist, dann müsstest du schon bei einer guten Summe sein. Wenn der jetzt, sag ich mal, komplett leer ist und du füllst ihn komplett. Naja, wie dem auch sei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten und natürlich hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut da rein und ciao.